Herzlich Willkommen bei Let's Play für Senioren Januar 2017 Sky Hill, ein Survival Game mit Rollenspielelemente Your keys, just as you ordered, are best suited in Exon View in the latest biological defense system You know, things have to get better before they get worse, I guess I just had no idea how bad Houston, New Europe, please remain calm and stay inside Turn on your own biological defense system that you have known Directly proceed to the nearest biohazard shelter, women and children Dear guests, please do not leave your rooms I rushed to the phone, I tried everything Police, 911, even hotel service, something terrible was going on outside when the screaming ceased All I heard was satisfied, hungry growling and the sound of flesh being torn apart And then, I was hungry and eventually went outside It was hell But I'd rather be killed by a mutant than slowly starved to death I still have hope I'll make it out of here Weiter geht's mit Team Bird heißt Rundenstrategie mit Rollenspielelemente Piper Faraday, notorious smuggler and occasional pirate, is having a rough time A brutal gang of thugs called Scrappers are spreading across our turf in the outskirts Stealing everything in sight, they have even been known to kidnap the locals Their presence could draw unwanted attention from the Royal Space Force In short, they are bad for business Low on water, Piper and her mates have boarded a scrapper ship Aiming to relieve them of their ill-gotten cargo And of course, it all went according to plan Darf ich vorstellen, Captain Piper Mit Glück kommt man hier nicht weiter Können ist gefragt Wir plündern Raumschiffe In der Peripherie Er kann um die Ecken schießen Gipton Piper Treffer Nice Wasteland 2 Ein klassisches Rollenspiel in einer postapokalyptischen Welt Vom Altmeister Brian Fargo What comes after the end? I don't know Neither did they They were just an army engineer battalion Constructing roads and bridges Deep in the middle of the Arizona nowhere They didn't know why Armageddon had come They'd heard radio chatter about an attack on some space-based missile platform But who had attacked it or why? No one knew What they did know is that the politicians and the generals had finally ended the world Now Zieht euch warm an Im Ödland warten Mutanten Dead Age Überlebe die Zombie-Apokalypse Rundenkampf und der permanente Tod warten auf uns Das Game ist schwer Holla die Waldfee Verteidige dein Camp Und erlebe nicht lineare Rocklight-Elemente Ein innovatives Survival-Rollenspiel Darkest Dungeon Ein rundenbasiertes Gotik-Rollenspiel Hardwest XCOM im Wilden Westen Auf Wiedersehen Bis dann Ich mache erst seit ein paar Wochen Let's Plays Deshalb ist die Qualität der Videos Und des Tons nicht so super Aber ich werde von Woche zu Woche besser Es ist ein reines Hobby von mir Und ich bin ja nicht mal berufstätig Ich habe mit der Arbeit freiwillig aufgehört Im April 2014 Und wenn andere zur Arbeit gehen Dann mache ich ein Let's Play Tschüssi Ne, ich höre jetzt auf Die Musik Oh mein Gott Die bohrt sich schon in mein Ohr rein Die Musik Die Musik Untertitelung des ZDF, 2020